Willkommen auf dem YouTube-Channel von King Cullen. Heute ein Thema, hat man ja noch gar nicht gehabt, Sam Sulik. Ich weiß nicht, warum ihr das immer noch wollt. Ich dachte, das Ding ist durchgekaut bis anschlag. Aber ihr wollt da von mir tatsächlich noch ein Statement haben zu seiner Entwicklung und zu meinem ersten Video über ihn, ob ich der Meinung immer noch bin oder nicht. Fangen wir mal an, Sam Sulik. Eigentlich ist mir das ja immer viel zu viel gequatscht auf seinen Videos. Ich kann den ganzen grützlichen mehr hören, weil ich habe es ja schon alles hinter mir. Ich kann mir vorstellen, für junge Athleten ist das sehr hilfreich. Aber wie gesagt, mich quält ihr tatsächlich mit sowas. Wie trainiert wird, weiß ich. Wie dicke Muskeln aufgebaut werden, weiß ich auch. Wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Und deswegen, ich sage einfach mal zu der Person, Sam Sulik, wie ich die Sache sehe. Also medial hat er sich ja mittlerweile dadurch sehr gut aufgestellt, da er eigentlich fast täglich Videos postet. Eingangs, also zum Anfang, wo ich ihn wahrgenommen habe, da war er ein junger Typ, voller Steroid-Akne. Hat ausgesehen wie so eine Streuselschnecke und hat nur Müll gefressen und hat aber ein riesen Potenzial gehabt. So, jetzt ist das alles so meiner Meinung nach in geordnete Bahnen gekommen. Der Sam Sulik, der macht ja jetzt eine Diät. Und ich glaube, die geht jetzt schon seit 45 oder knapp 50 Tagen jedenfalls, hat er dort seinen Werdegang verfolgt. Und ich muss sagen, was ich wahrgenommen habe, ist, durch das cleanere Essen, durch das saubere Essen, hat sich sein Hautbild sehr zum Positiven verändert. Dann, ja, ist mit Stoff zu, bis unter das Dach der Junge. Der ist jetzt 21, glaube ich. Dafür weist er tatsächlich eine spektakuläre Form jetzt auf. Gerade in der Rückenentwicklung, in der Masse, die er im Rücken drin hat, in der Fleischentwicklung, das ist in dem Alter schon ziemlich spektakulär. Die Schultern, die kommen auch gut. Die Brust ist auch fett entwickelt, hat zwar eine scheiß Form, aber ist auf alle Fälle ziemlich fleischig. Die Arme hängen schon fast ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Aber dafür ist halt, wie gesagt, die Form sehr gut geworden, in der Zeit, wo er jetzt diätet. Und wenn er das tatsächlich ohne Coach macht, sondern alleine macht, dann ist das umso spektakulärer. Aber ich glaube, er hat im Hintergrund ein bisschen Beratung, auf alle Fälle, was ich so mitbekommen habe. Dann kann man sagen, was erwähnenswert ist, lobenswert erwähnenswert ist, ist, dass er tatsächlich seine komplette Muskelmasse behalten hat. Also nicht so wie viele, die dann diäten und einfach nur dünn werden und hart, sondern er ist voll geblieben. Und daran sieht man ja, dass da so einige Sachen funktionieren. Er ist jetzt nicht der Überathlet, der mich jetzt von den Socken haut, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das, was er gemacht hat, das sieht vernünftig aus und es funktioniert. Das ist ja für viele junge Athleten, glaube ich, auch wichtig. Sein Training, ich habe mir das letzte Rückentraining angeguckt, wo er da nur noch an den Gewichten so ein bisschen rumzerrt. Aber er geht bis zum Muskelversagen. Also er geht wirklich bis an seine Grenzen. Das finde ich richtig geil, dass er das kann. in dem Alter schon, weil viele reden sich das ein, dass sie bis zum Anschlag trainieren und er trainiert wirklich bis zum Anschlag. Dass das Training für meine Sicht halt teilweise ein bisschen scheiße aussieht, aber trotzdem noch Sinn macht mit den Teilwiederholungen. Das hat halt den Grund, dass wenn der Muskel dann zum Anfang vernünftig bewegt wurde und dann nur noch Druck bekommt durch die Last, dass der dann natürlich das auch wahrnimmt und als Reiz wahrnimmt und sich dementsprechend entwickelt. Das scheint bei ihm ganz gut zu funktionieren. Ich würde es trotzdem ein bisschen anders machen. Aber wie gesagt, das kann man mal eine Zeit lang so mit reinbauen. Und wenn man keinen Spotter hat, dann sowieso bis, wenn man zum Letzten gehen will, dann ruckt man halt nur noch an den Dingern rum. Und da teilen sich die Meinungen dann wahrscheinlich. Ich finde es einerseits gut, dass er so viel aus sich rausholen kann. Andererseits würde ich da doch ein bisschen den Muskeln einen etwas größeren Arbeitsweg geben, um einfach die Möglichkeit geben, sich noch besser zu entwickeln. Weil man darf ja nicht vergessen, der Typ, der ist so jung, dass egal, was du mit dem Muskel machst, sobald da so eine Reize drauf wirken, wächst der einfach und entwickelt sich. Das ist ganz klar. Mit solchen Ausführungen wird er aber irgendwann auf den Plateau kommen und dann wird der Progress wahrscheinlich ausbleiben. Also dann erfährt er die Chemikalien noch etwas höher. Aber das ist dann ein anderes Thema. Und ich denke mal, das ist auch nicht, worauf er abzielt. Ich denke mal, er will dort tatsächlich irgendwann mal einen Wettkampf bestreiten. Sonst, wenn er das jetzt nur für YouTube macht, die Diätgeschichte, obwohl für verrückt genug, halte ich ihn ja so, was ich jetzt so mitbekommen habe. Auf alle Fälle ist das Mindset sehr lehrreich für junge Athleten, die sehen, was notwendig ist, wenn man wirklich außergewöhnlich aussehen will. Und das tut er ja überdurchschnittlich aussehen gegenüber 21-jährigen Bodybuildern. Auch unter dem Hintergrund, dass er jetzt zugestopft ist, sollte man dann vielleicht da nicht zu hart ins Gericht gehen mit dem, weil das ist sein Weg. Hat er sich ausgesucht, er ist volljährig, er kann das selbst bestimmen. Deswegen bin ich da Befürworter auf jeden Fall, was das angeht. Ja, ansonsten, was gibt es zum Zulik zu sagen? Wie gesagt, seine Ernährung hat sich grundlegend geändert. Der Müll ist rausgeflogen, sein Hautbild hat sich stark verbessert. Was natürlich, falls er mal einen Wettkampf vorhat, natürlich die Kampfrichter dann auch wahrnehmen werden. Und auch selbst für das Social-Media-Allgemeinbild ist es von Vorteil, wenn man repräsentativ ist, auch wenn man on ist, also auch wenn man auf Stoff ist. Und deswegen würde ich sagen, er macht sehr, sehr viel richtig. Er begeistert sehr viele Leute. Er hat ja auch dementsprechend viele Klicks auf seine Videos, weil es halt interessant ist, wie er das aus dem Alltag raus den Leuten erklärt, wie man leben muss und was notwendig ist, um so auszusehen. Und dass der Lifestyle natürlich ringsherum dann auch stimmen muss. Also ich denke mal ganz stark, dass er nicht der Partyhengst ist, sondern dass er wirklich fokussiert ist und trotz seines jungen Alters da schon weiß, was er vorhat. Was ja auch nicht schlecht ist. Das kann man sich zum Beispiel auch zum Vorbild nehmen. Wenn man sich hohe Ziele steckt, dann muss man natürlich nicht nur davon quatschen, so wie es in Deutschland der Nachwuchs teilweise macht, die ja alle nach Olympia schreien und nicht ansatzweise den Weg so gehen wie er. Das macht man vielleicht so aus der Sicht von King Kalle, wie ich die Sache jetzt wahrgenommen habe mit dem Simzulik. Vielleicht sollte man nochmal ein Video machen in Verbindung mit unseren Nachwuchsathleten, die alle rumplähen und Olympia, Olympia und Procard und hast du nicht gesehen. Und dann sich aber ein Simzulik pissen, wenn sie den Medizinschrank nur sehen von Weitem. Ja, das vielleicht mal dazu. Dazu mache ich vielleicht tatsächlich mal ein Video. So, ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuschauen. Bitte keine Simzulik-Fragen mehr stellen. Ich denke mal, dass es sinnreichend beantwortet, wie ich die Sache sehe. Und viel Spaß beim nächsten Video. Euer King Kalle. Amen. Men. Untertitelung des ZDF, 2020